hallo ich wollte schon guten morgen sagen aber da kann man ja nie so wissen wann ihr dieses video schaut ne ich probiere gerade ein bisschen was auf youtube aus also die entwicklung von youtube die ist stetig und ich versuche mich da immer so ein bisschen anzupassen auch und ich habe jetzt von jan der youtube kanal so geht youtube gehört dass das thema intro eigentlich überflüssig ist und da schenke ich mir einfach die arbeit zukünftig also jeder der sich wundert wieso fangen die videos sind jetzt direkt an das ist die antwort wir sprechen heute über eine sache die auch mir in der vergangenheit peinlich war aber sie ist eigentlich nichts schlimmes und ich will mit diesem video auch so ein bisschen darlegen dass viele das tun zwangsstörungen gibt in unserer gesellschaft viele also vieles hängt bei mir mit meiner nervosität zusammen und die nervosität hängt bei mir wird das schilddrüse zusammen ich werde gerade was die schilddrüse betrifft neu eingestellt und ich hätte nie gedacht welche auswirkungen mit falsch eingestellte schilddrüse hat ich habe eine schilddrüse unter funktion und mein damaliger arzt hat mit zwei medikamenten bei mir gearbeitet lt rox und tybon und tybon ist anscheinend so ein richtig schwieriges medikament also wenn du das verträgt vertragen die wenigsten und bei mir war das genau das gleiche das gibt es nicht in sehr vielen stärken jetzt habe ich auf meine hose eingebrockt ich nehme wieder meine rheinic ab und schon also es gibt es in 20 und 50 und 100 glaube ich bin jetzt kann ich hundertprozentig sicher 20 ist das niedrigste auf jeden fall und als ich das zum ersten mal genommen habe bin ich gleich in einer überfunktion drin gewesen irgendwie war es nicht mehr so hundertprozentig in erinnerung tybon nimmt man gerne her wenn man nur einen wert beeinflussen möchte wissen veraltet das medikament habe ich immer wieder in der vergangenheit gehört aber mein hausarzt du hast ja so ein bisschen acht zu deinem hausarzt auch vertrauen wenn du eine schilddrüsenerkrankung hast was schon was ich schon oft bewiesen hat doch das eine naive einstellung ist weil viele kennen sich einfach zu wenig aus und gerade in süddeutschland wo halt schilddrüsenerkrankungen häufiger vorkommen das ist halt scheiße und so habe ich zu die letzten zehn jahre immer wieder von ärzten gesagt bekommen von anderen ihre einstellung ist aber sportlich eingestellt ich bin also wieder zu meinem hausarzt und jemand ja arzt xy hat gemeint die steht die werte sind einfach zu hoch wenn zu niedrig das muss man verkehrt herum sie nicht unter funktion eine medikamente dass der wert der tsh aber drunter geht und ich hatte so 0,04 und das für eine ewigkeit unsere referenzwert ist 0,3 bis 3,6 also alles was über 0,3 ist eine überfunktion alles was unter 3,6 ist eine unterfunktion und ich war schon immer muss man dazu aber auch sagen schwer einzustellen weil ich einen knoten an der schilddrüse habe und eine entzündung also alles beide sozusagen und das hat mir hat dazu geführt dass die schilddrüse kaputt gegangen aus ursache ist zu 99,9 prozent beim jahr in der estrogen überschuss da gibt es zusammenhänge und noch mal ein bisschen ende vom lied ich war halt einfach wie gesagt falsch eingestellt bin eh schon ein etwas nervöserer mensch aber hatten wir mal gedacht so viele leute mir dann immer wieder auch gesagt und umschwund erfahren da eine nervosität es kann sticht machen und so ich habe dafür auch viele mich rein gefressen und die hatte ich aber schon als kind so diese skin picking störung habe dann halt immer wieder so an der haut herum gequetscht das passiert oft bei menschen die hat eben ich selbst habe als kind akne gehabt aber später dann ging die weg durch eine behandlung beim hautarzt aber ich bin halt hauttyp große poren und du kannst große poren meistens immer ausdrücken aber ich habe mir schon an so vielen stellen im gesicht die haut einfach kaputt gemacht hier im kinn ist es zum beispiel ganz schlimm ich sag immer ganz gerne in meinen videos und täuscht euch jetzt hier nicht was ihm was ihr hier seht weil die softbox die frisst hat sehr viel weg also die macht vieles soft sozusagen deswegen heißt das ja auch softbox aber ich habe halt wie gesagt hier der bereich man sieht es in meinen vlogs und da bestimmt auch ganz oft licht nicht hier ist was kaputt hier habe ich so eine macke gemacht die nicht mehr weg geht ich krieg dann immer so hubel diesen hubel hier an der nase habe ich selbst verursacht es gibt verschiedene stellen in meinem gesicht die habe ich halt schon im wahrsten sinne das wort das kaputt gemacht durch diese skin picking störung eine zwangsstörung kannst du nicht einfach nur lassen sondern das hat immer das ist immer irgendwie einen verarbeitungsprozess und durch meine therapie ich mache lerne ich gerade mit dem thema nervosität umzugehen und welche mechanismen ich habe tun kann um dass es mir besser geht und ein wesentlicher bestandteil wahrheit bis dato meinen schlaf ich leide leider unter schlafstörungen was machen viele aber das hat halt eben auch auswirkungen auf die verarbeitung von erlebnissen am tag nervosität et cetera und zusätzlich eben die zu viel zu krass zu hoch eingestellte schilddrüse hat mich halt stellenweise so krass nervös gemacht dass ich halt das an meiner haut dann ausgelebt habe für mich gibt es also ich versuche das zu bearbeiten denn das pure verbieten löst das problem nicht klingt schwierig ist auch so denn wenn ich mir das verbietet es ist immer wieder in meinem leben gewesen dass ich diese skin picking sache von zeitraum gelassen aber das löst das problem nicht das ist also eine psychische sache auch und klar ist das unangenehm es gibt keiner gerne zu und auch ich nicht aber so bei der therapie die ich jetzt mache bin ich ja zum ersten mal so richtig tief drin weil ich das natürlich auch alles bearbeiten möchte und gehe halt so offen wie es nur geht mit meinen problemen um und eine ein symptom aber probleme sage ich deswegen extra ist diese skin picking sache die ich minimum an einem tag kleiner mache also klar schimmt man sich deswegen schon so ein bisschen wenn man so eine zwangsstörung hat ich bin der meinung dass die die sache also fitnessstudie und so auch so ein bisschen mein nervensystem so ein bisschen gedämpft und beruhigt hat das ist auch eine richtig tolle sache also nicht zu 100 prozent aber ich sage immer so schön wenn man nervosität ein ganzer kuchen wäre dann wenn ich fitness mache dann gibt ein kleines stück kuchen weg und noch ein kleines stück kuchen aus eben die schilddrüsenwache man merkt da ist noch einiges zu bearbeiten aber auch der schlaf ist ein kleines stück kuchen aber da gibt es halt trotzdem immer noch ein riesengroßer anteil ich arbeite viel mit atmung etc also bin da eben gerade sehr also ihr müsst euch vorstellen da gibt es keine tablette dagegen sondern ihr müsst halt die periferie bei euch ein bisschen abtasten und gucken was kann man machen damit man das nervensystem so ein bisschen beruhigt und da wird eben der schlaf auch dazu und bei mir war hat der schlaf immer super schwierig also erst jetzt habe ich wieder ich habe jetzt eine zeit lang richtig gut gefällt aber das ist bei mir meistens so durch das dass ich halt eben schlafstörungen habe und die schon sehr lange habe reicht bei mir hat eine zeit umstellung und schon bin ich wieder draußen und bin voll am stradeln ich mache halt um fünf kurz nach fünf auf was halt viel zu früh so um elf ins bett und habe dann hat wirklich mir fehlt dann schlaf und ich habe erst gestern wieder gemerkt das summiert sich bei mir dann also mir geht es dann nicht sofort schlecht weil ich schlaf ja schon aber zu wenig und in der tiefschlafphase wache ich dann auch auf das summiert sich bei mir dann so ganz komisch und irgendwann bin ich dann so fertig dass ich dann nicht mehr schlafen kann und den punkt hatte ich dann gestern mal wieder ausnahmsweise wo ich halt echt mittags gesagt habe so kommt jetzt schläft mittags und du willst noch irgendwie stylisch zur jahreszeit noch einen kleinen horrorfilm angucken weil in meiner welt war halloween gestern und es hat nicht geklappt ich konnte nicht schlafen und das ist einfach nicht schlafen naja und da hilft mir der sport gerade immens also das berückt mich richtig krass aber auch die therapie macht zahnteil die medikamente die veränderten für die schilddrüse machen dann teil aus gespannt ob das mit dem skinpicken ob ich das lasse und ob ich das ganze einlassen kann also im moment hilft mir halt nur mit meiner haut das was ich dann für verbot für mich selber aussprechen aber das ist nie das rätsel lösung nie weil ich komme immer wieder zu dem problem zurück sprich ich mache es irgendwann mache ich es dann wieder aber wie schon gesagt ich bin ganz froh jetzt den mut angesetzt zu haben eben dass man der schilddrüse jetzt zu regeln weil manische drüse schlecht einzustellen sehr schlecht das ist super nervig du musst alles sechs wochen blut abnehmen lassen und gucken was machen die werte warum sechs wochen weil ich weiß nicht wie es bei jemals ist ja eine überfunktion hat aber jemand der unterfunktion hat der dessen stoffwechsel läuft langsamer viel langsamer und du kannst halt erst so nach sechs wochen ungefähr kann ich sagen was sache es hat positive auswirkungen auch auf andere dinge so hat es auch positive auswirkungen auf meine periode das wusste ich auch nicht dass diese falsch eingestellte schilddrüse eben auch schuld ist daran dass ich zehn tage meine periode zum teil habe ich habe da mit einem endokrinologe darüber gesprochen auch mega interessant das sind halt alles dinge die sagt man einem halt nicht mehr die kriegt man halt nicht automatisch mit und das ist so ein richtiger aha effekt der bei mir im moment passiert super gespannt wohin das geht aber so diese skin picking sache die habe ich einfach immer noch nicht so richtig unter kontrolle ich merke aber wenn ich mich anständig ablenken zu zeiten wo ich das halt mache oder auch den vergrößerungsspiegel wo ich mir halt ins bad gehängt habe für manche sachen brauche ich das halt einfach zum einen beispielsweise für meine augenbrauen oder so und wenn ich den aus dem bad raus hole nicht so faul bin und den einfach hängen lasse dann ist das auch viel getan muss ich echt sagen wo aber stehen geblieben mein akku hat gerade geschwächelt muss ich austauschen deswegen bei meinen augen ja es ist natürlich schon nicht so einfach über sowas zu reden und es gab viele viele ausreden in meinem leben warum ich wieder irgendwelche machen im gesicht hatte man hat dann schnell gesagt da habe ich was gestochen oder aber habe ich irgendwie ein pickel oder so weil im gesicht rum drucken ist halt einfach erstens absolut nicht gut weil man beschädigt sich halt nachhaltig die haut und es ist einem halt einfach auch so ein bisschen unangenehm deswegen verbessere ich leute unter meinen skincare videos die sagen ich hätte so eine wunderbare haut nein habe ich nicht weiter nicht und wie schon gesagt ich habe nachhaltig an vielen stellen meine haut ganz krass beschädigt und das kriegt man hat auch nicht mehr weg ich bin ganz froh dass ich mich mit dem thema skin care auseinandersetze dass ich halt eben weiß so panthenol und solche stoffe helfen mir halt wenn ich mal wieder meine haut so gereizt habe dass sie mega rot ist und so deswegen habe ich auch irgendwann angefangen mich mit skincare auseinanderzusetzen wenn auch relativ spät in meinem leben weil das problem habe ich schon ein bisschen länger aber wie schon gesagt das versuche ich jetzt gerade zu bearbeiten in dem fall sag ich bewusst versuche denn das ist gar nicht so einfach denn wie schon gesagt mit einem verbot wirst du nicht her über das problem absolut nicht denn du verbietet dir ist dann nur über eine zeit hinweg das mache ich auch ganz oft weil fakt ist halt eben du willst ja auch nicht die ganze zeit die haut kaputt machen aber es ist halt auch wichtig wenn du dann sowas leidest dass du eben dich beobachtest und nicht bestraft vor allem warum du was machst klingt total irrational aber um sich selber zu verstehen es ist einfach ein wichtiger 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 punkt ich habe gar kein concealer aufgetragen und stelle gerade fest dass ich auch gar keine lust haben im konziden auf jetzt ist es eben zu spät ich trage aber noch einen korrekte auf denn wie schon erwähnt viel geschlafen habe ich nicht gerade bei der zeitumstellung da gehe ich halt dann viel zu früh ins bett weil ich viel zu früh tot müde bin ich hab schon gewundert dass ich gestern bis halb elf geschafft habe aber auch nur mit bio tot weil ich habe mich da noch so ein bisschen wach gehalten irgendwie mit dem hintergedanke dann morgens auch ein bisschen länger zu schlafen hat nicht geklappt hat nicht geklappt der jengel hat gerade über sowas also was für ein typ du wirst wie du funktionierst habe ein video darüber gemacht und ich bin wohl vermutlich doch so der typ früher aufstehen ich war früher das war früher verkehrt herum ne also früher war das bei mir so dass ich erst ging später richtig gut funktioniert habe aber jetzt ist halt wirklich die frühe uhrzeit deswegen versuche ich auch morgens ins training zu gehen frühmorgens um mir das so ein bisschen auch anzutrainieren dass ich den rest des tages dann nicht mehr so kaputt bin also da habe ich auch schon fortschritte gemacht am anfang von meinem training der rest des tages war eigentlich im endeffekt gelaufen aber ich wusste genau dass ich da einfach ein finden muss mehr mehr ist das nicht und ich bin schon bei drei mal die woche training am anfang hat das gar nicht geglaubt die mühe und not zweimal hingekriegt wobei nach den zwei malen war ich zu fertig aber jetzt schon den zweiten monat hinter mir bin im endeffekt erst einmal eine woche nicht gegangen weil ich mir eine muskelverhärtung zugezogen habe von der habe ich immer noch was bin immer schön mich am denen morgen gehe ich noch mal zu der ärztin die spritzt mir noch mal so schmerzmittel was aber auch die muskeln entspannt weil ich krieg das nicht hin zu hundert prozent das ist immer dieses und da spritzt mir was rein ich solle aber trotzdem weiter mit den übungen arbeiten und wärme und bei uns empfinden es gibt so eine massageliege wenn die frei ist gehe ich eigentlich immer rein das langsam echt eine herausforderung sich einen eyeliner zu ziehen wenn man nicht mehr so hundertprozentig gut zieht gebe ich auch mal ehrlich zu das bleibt eine herausforderung ja skin picking ich konnte das ganz lange nicht benennen oder wollte das auch nicht benennen das ist es ist ja oftmals auch so dass man sich mit dem problem nicht konfrontieren möchte man weiß man tut was falsches verbietet sich das dann und dann kommt es halt immer wieder im laufe meines lebens war das ganz oft so und jetzt arbeite ich halt an der ursache sprich am schlaf am rhythmus also dass ich so ein bisschen mehr auch im rhythmus jetzt von mir bin und da nicht dagegen arbeite aber mich haut hat mit jeder zeitumstellung egal ob von sommer zu winter oder von winter zu sommer zeit mich haut jedes mal raus mich haut jedes mal knallhart raus ich bin übrigens immer noch auf der suche nach einer gescheiten maske ohne mikroplastik die was kann weil in mascaras ist meistens mikroplastik enthalten und die naturkosmetik ist nicht ganz so gut gehe ich zu also falls ihr da tipps habt ob von doktor hauschka oder so gerne mal unten in die kommentare sollte nach möglichkeiten halt wieder an sein bin fertig so vielen dank fürs einschalten schön dass du dabei warst am ende gibt es noch mal zwei videos und falls du bock hast schaltest du da mal rein ich sag danke fürs einschalten wir sehen uns beim nächsten mal wieder beim nächsten video bis bald tschüss so hab